Mahlzeit und willkommen zurück in Thüringen. Wir sind aber noch fleißig am häckseln. Es ist auch noch nicht viel weiter gekommen, also man hat jetzt eigentlich gar nichts verpasst. Außer, dass jetzt der Abfahrer schon angekommen ist. Der wird ihn eh wieder warten. Überliegt ob ich jetzt gleich immer zurückfahre. Ach ne, wir machen so weiter. Damit machen wir auf jeden Fall nichts falsch. Kollege bleibt ja brav dahinten stehen. Mal schauen, wie viel hier auskommt. 50.000 Liter haben wir ja schon. 51.000 Liter. Das sind ja die Anhänger. Das heißt, wir haben gleich mit der zweiten Ladung schon unsere 100.000 zusammen. Eigentlich will der gleiche Blut dahinten fast sein. Und jetzt machen wir ja hier unsere Spurdonne. Natürlich vieles nicht bepflanzt. Obwohl dadurch, dass wir ohne Season spielen ist natürlich alles schön nachgewachsen. Wir sollten halt ein Stück weiter kommen, denke ich mal. Wir sollten mal ein bisschen festfahren. Ich verstehe manchmal. Jetzt spüren sie ihn auch. Äh, los auf den Fenster. Oh ja, diesmal können wir wirklich viel weiter. Das ist nicht gedacht. Wenn sie da rumfahren. Wenn sie da rumfahren. Dann machen wir erstmal wieder die 100% voll. Dann holen wir den Kollegen. Dann holen wir den Kollegen. Dann holen wir mal ein Stück zurück. Wenn man so wackeln muss. Schrecklich. So schnell hier in die Glas rein. Aus. Wenn ich jetzt mal gucken, ob ich hier die Probe bekomme. Vielleicht gleich. Ah, der Excel, der spürt die Musik. Ich merke es schon. Nein. Er spürt den Beat. Jetzt müsste aber gut stehen, dass ich alles abgetankt bekomme. Und er hat jetzt Silo 1 B. Bei der letzten Folge haben wir Silo 1 A. Aber rein gefahren. Jetzt sind wir bei Silo 1 B. Okay. Wird hoffentlich jetzt auch wieder klappen. So. Jetzt ist es gerade ausgesprungen. Ich werde auch ein Spiel. Ja und wenn ich aus dem Spiel klappe. Dann muss ich leider meinen Linkart einmal ab und stöpseln. Jetzt müsste man ja eigentlich gleich wieder einsteigen und weitermachen. Das hat ja beim letzten Mal auch funktioniert. Wir werden natürlich jetzt ein bisschen verfolgen. Ordentlich fährt. Ja, der fährt wieder weiter. Sehr schön. Das wird nicht. Es klappt alles. Na ja, nicht alles. Aber. Im großen Grenzen klappt es. Natürlich muss man sagen. Es klappt natürlich nicht. Ja, es klappt auch. Sehr schön. Ähm, ja. Der jetzt natürlich ran fährt und abtankt. Das klappt natürlich nicht. Das ist natürlich jetzt ein kleines Problem. Aber es ist nicht so schlimm. Damit kann man leben. So. Und da war jetzt schön mit OCA spielen. Natürlich schön von innen auch mal wieder fahren. Da hinten sieht man so ein bisschen. Ja, könnte man sehen, wenn es denn so ist. So, nee, wir müssen ja noch da. Gut. Wie beim. Äh. Ja. Schon. Komm nicht drauf. Wie beim Ansehen. Da müssen wir ja auch noch mal die kleine Strecke hier mitfahren. Super, wenn da so ein kleines Spike da hinten stehen. Das lassen wir jetzt auch noch mal stehen. Wenn uns jetzt erstmal nicht interessieren. Das können wir im Nachhinein immer noch machen. Ja. 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 Ich weiß, ich werde das dritte Mal als Linker loslassen, bevor ich es aktiviere. Und wenn wir dann. Ja. 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 Schön wenn man so vom Autodrive-Fahrer keine Meldung bekommt, ich hoffe es geht alles gut. Ich bin eigentlich guter Hoffnung, das erste Befüllung sah schon gut aus. Schauen wir mal ob er diese Folge noch zurückkommt. Aber gerade ein Baum oder? Weiß mich gerade irgendwie nicht. Ich will mich natürlich auch täuschen. Das sieht so aus, als ob da ein Baum stand. Das sehen wir, wenn er jetzt so da irgendwo zurückgefahren kommt. Das schönste haben wir vielleicht schon verpasst. Ne, da ist noch nicht zu sehen. Da auch noch nicht. Wer kommt schon wieder? Ah, über 47 fährt er gerade. Das heißt, die zweite Bahn ist auch schon drin. So, jetzt können wir hier das kleine Stück noch rein holen. So, eine Bamba. Ja. Wir kriegen Ende der Folge, kriegen wir den jetzt nochmal voll. so. Oh. Oh. Ich danke auf jeden Fall fürs reinschalten wieder. Ich muss den jetzt gleich erstmal wieder befreien. Mal gucken, wie wir es machen. Oha. Gut. Ich sage danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.